Hallo, ich bin Steffi und ich möchte euch heute ein ganz besonderes Bilderbuch ans Herz legen, was Bären über Bienen wissen müssen. Es geht um einen Bären, der Honig über alles liebt und der kurzerhand selbst zum Imker wird. Weil der Bär aber so unglaublich tollpattig ist, geht ja dabei eigentlich alles schief, was schiefgehen kann, aber genau das macht die Geschichte auch so charmant. Das wirklich Besondere an dem Buch ist natürlich der Bär. Er springt eigentlich in jeden Fett- oder Honignapf, den man sich vorstellen kann und dabei ist er in seiner Unvollkommenheit aber auch so unglaublich liebenswert. Ich würde das Bilderbuch natürlich allen empfehlen, die Bären und Bienen lieben. Darüber hinaus natürlich allen, die einfach Lust haben auf eine richtig gut gemachte Geschichte, voller Humor und überraschender Details. Das ist wirklich ein Buch, was man immer wieder gerne zur Hand nehmen kann.